Bevor das Video losgeht, Leute, es ist 1 Uhr nachts, ich hab nicht wirklich bei diesem Video geschnitten, also lebt euch zurück und gönnt euch einfach mal heute, es ist nicht totale Behinderung, die totale Behinderung ist in der Beschreibung, aber dazu komm ich auch gleich, ansonsten wünsche ich euch trotzdem viel Spaß, weil das ist ein Video, was eigentlich viele interessiert, ja, genau, und ja, wir sehen uns nächste Woche, und nochmal riesen fettes Dankeschön für die heftigen Bewertungen zum letzten Video mit dem Musikvideo, da kommt nochmal ein extra Video dazu, wo ich mich nochmal bedanke und so ein Scheiß, aber echt heftiger Support ohne Witz, dafür können wir mal klatschen, und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit einem etwas längeren Video und einem informativen Video, tschüss! Hallo und herzlich willkommen, bis zum nächsten Video von meinem Kanal, mein Name ist Kilian Aker Kilkran, heute nicht zu behindern, weil ich hab diese Woche wirklich null gezockt, also ich zocke also schon wenig, aber ich hab gar nicht, ich zocke eigentlich, wirklich, ich zocke eigentlich gar nicht mehr in letzter Zeit, und weil mich so viele Leute in meiner YouTube-Laufbahn, sag ich jetzt mal, immer anschreiben, wie mach ich meine Videos, wie lange dauert das, Leute, hier ist das Video, hier ist die Antwort, und falls ihr jetzt sagt, äh, kein behindertes Video von Kilian, Leute, bleibt dran, weil heute sehen wir, wie ich eines meiner aufwendigen behinderten Videos mache, und im Endeffekt ist auch noch in der Videobeschreibung der Link zu dem Video auf dem anderen Channel, von dem, was ich jetzt hier habe, hier zeige ich, wie ich es mache, also im Endeffekt, hier zeige ich, wie ich es mache, und das richtige Video seht ihr dann, wenn ihr auf den Link klickt da unten. Eine wichtige Anmerkung wäre auch mal, guck mal unten rechts, wie spät es ist, als ich angefangen habe mit dem Commentary, und guck mal nachher unten rechts, wie spät es ist, als ich zu Ende fertig bin, weil ich habe die Session durch aufgenommen, alles natürlich vorgespult, und so weiter und so fort, und dann seht ihr mal, wie lange so ein Scheiß eigentlich dauert, für so ein 3-Minuten-Video, bei mir zumindest. Und ja, fangen wir an. Da das Video ein Top 5 Fails of the Week ist, das heißt, jede Woche kommentiere ich, also mache ich ein Video, wo ich die Fails von Leuten in Computerspielen halt kommentiere, also die spielen und verkacken irgendwas, und ich kommentiere das dann, für die Leute, die das nicht wussten, kriege ich erstmal von ein paar Leuten die Clips zugeschickt, und zwar halt so 5 Stück, und ich muss sie dann in die Reihenfolge setzen, wie ich finde, welches am lustigsten ist und welches am nicht lustigsten, halt in Reihenfolge von 5 bis 1, 1 ist das Lustigste. Davon muss ich mir sie natürlich alle angucken und alle runterladen, während ich sie runterladen, gucke ich auch immer nach Musik schon mal, weil Musik ist halt ziemlich wichtig bei mir, weil du musst auch die Musik passen, die zu deiner Stimme passt, und in welcher Geschwindigkeit, bla bla bla. Da ich halt immer sehr schnell rede, bringt es nichts, bei mir ein Hip-Hop-Beat zu haben, was ich früher immer hatte, sondern mir ist aufgefallen, das ist einfach ein viel geilerer Vibe, wenn ich halt schnellere Musik, so wie ich jetzt wahrscheinlich auch im Hintergrund habe, das passt einfach mehr zu meinem Dasein. Danach tue ich die Clips in zu Univegas rein, das ist mein Editing-Software-Programm für COD-Videos, für Real-Life-Videos wie das Musik-Video, letztes Mal benutze ich was ganz anderes, aber ist auch egal, zu Univegas ist dafür das schnellste. Da ordne ich schon mal die Clips mit den Intros ein, also für jeden Clip gibt es ja so ein kleines Intro, wo dann die Nummer steht, zum Beispiel Platz 5, Platz 4 und so weiter, das ordne ich schon mal so ein, dass das schon mal gerult ist, dann hole ich mir noch ein Gameplay von jemandem, also halt der Hintergrund, wo jemand irgendwie spielt, damit, falls ich irgendeine Scheiße laber, die nichts mit den Clips zu tun haben, einfach irgendwas im Hintergrund habe. So Leute, das ist so ziemlich das Einfachste, weil jetzt geht es nämlich zu dem, na nicht schwersten, na doch, eigentlich schon zu dem Schwersten, und zwar das Kommentieren, Leute, und das Kommentieren, das unterschätzen so viele Leute, übrigens mache ich das hier One-Take, und das ist gerade halb eins in der Nacht, ich muss um 10 Uhr arbeiten, also entschuldige mich, wenn ich ein bisschen nuschle oder das ein bisschen scheiße ist heute vom Kommentieren her, aber ich hoffe natürlich, das geht trotzdem. Das Kommentieren unterschätzen nämlich so viele Leute, ich meine, ich kommentiere, das seht ihr im Hintergrund, eine halbe Stunde lang kommentiere ich und schneide das zusammen, ich schneide die Pausen raus, wenn ich einatme, schneide ich alles raus, wenn ich Fails mache, schneide ich die weg, manchmal schneide ich das auch so zusammen, dass man die Fails gar nicht hört. Und wie man hier auch sieht, der Anfang ist echt das Schwerste, ich brauche für den Anfang bestimmt 5-10 Minuten, weil ich einfach viel zu inkompetent bin für dieses, ha, nun, hey, zu viel auf YouTube. Was ich aber mit Stolz behaupten kann, ist, dass ich nichts fake, weil ich labere halt wirklich, ich gehe immer ohne Skript rein, ohne eine Ahnung, was ich sage, und irgendwie beim Kommentieren, so wie jetzt, dann kommen halt irgendwie so behinderte Sachen, die ich mache, und das stellt sich dann heraus, dass es ja eigentlich ziemlich lustig ist, dann irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich bin halt irgendwie, ja, komisch, hab irgendwie ein behindertes Gehirn, so wie, ja, ich labere halt immer, automatisch scheiße, das ist bei mir immer so. Aber folgt mir auf Snapchat, dann wisst ihr das. Immer am Werbung machen hier, heh, die lache war komisch. Ich sehe jetzt im Hintergrund gerade nicht, was ihr seht, deswegen heißt, es ist, ihr müsst im Hintergrund halt gucken, und ich versuche das so ein bisschen zusammenzuschneiden, dass ihr wisst, wovon ich rede. Nach dem Kommentieren schneide ich halt alle Pausen zusammen, so, dass ich halt eine ganze Audiospur habe, ohne Pausen, so ein ganzes Ding. Dann habe ich eine Rauschenerfernung drauf und rendere meine Stimme. Und dann geht's ab mit der Stimme ins Sony Vegas rein, wo ich dann auch erstmal das Intro mache. Und beim Intro ist es immer so, ich mache immer irgendwas mit den Zuschauern zu fangen, und das heißt, das Intro ist bei mir immer sehr, sehr aufwendig. Wie ihr auch im Hintergrund sehen könnt, habe ich in diesem Video in Blauwall genommen, weil ich komische Geräusche gemacht habe, und dann habe ich noch zur Musik was geschnitten, eine Uhr eingefügt, eine Uhr ausgeschnitten, die Uhr animiert. Bei mir ist auch das Thema immer, es muss sich immer etwas bewegen im Bild, es darf nie einfach nur gerade sein, entweder bewegt sich das Gameplay ein bisschen, oder da ist eine Animation von der Uhr drin, oder irgendwie Audio, oder irgendwas passiert immer. Damit man gefesselt bleibt, das ist so mein Motto, bleibt gefesselt. Was für ein scheiß Motto. Dann fange ich an immer, wenn ich irgendwas Behindertes sage, die Musik wegzuschneiden, damit der Fokus auf der Stimme liegt. Wenn es richtig behindert ist, mache ich das Video auch noch weg, also ohne Video und Musik mit einem Black Screen, da hat man nur die Stimme im Fokus, und das mache ich halt immer, wenn so ein Joke ist und so. Damit der Joke noch besser rübergebracht wird, ist einfach so, das hilft einfach enorm. Dann kommen auch langsam die Ideen mit, was für Bilder ich googlen soll, zum Beispiel habe ich in einem Video halt, Bild von mir, von Dagi B, ApoRed, Musikvideos von ApoRed drinne, die muss ich alle nebenbei noch runterladen. Ich zeige jetzt, wie gesagt, im Hintergrund seht ihr nicht genau das, was ich jetzt gerade sage, aber irgendwann seht ihr das, also. Ich bin halt dauerhaft im Download-Modus und im Kreativitäts-Modus, dann bearbeite ich hier, hier muss ich Texte einfügen, jeden Text muss ich auch noch selbst bearbeiten, damit der cooler aussieht. Dann muss ich jeden Text noch animieren, damit er sich bewegt, den Hintergrund animiere ich dann auch immer beim Text, damit da so richtig viel Motion drinne ist. Die Musik wechselt auch ab und zu immer, und mein Motto ist halt, desto schneller schneien, damit, also ich versuche immer so schnell zu schneien, dass der Zuschauer drei Minuten durchgehauen wird, und nach drei Minuten denkt man sich dann so, was hab ich mir eigentlich gerade angesehen, das ist so das, was ich einfach geil finde, also das ist so mein Ziel, und das funktioniert eigentlich auch immer, bis auf jetzt, weil das ist glaube ich schon richtig, ich kann nicht reden, das ist so ein gechilltes Video gerade, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, hehehe, wenn ihr bis hier hingeguckt habt, schreibt mir Hashtag Banane. Ja, und das wiederholen wir dann einfach, ich suche die ganze Zeit Google Bilder und denke mir so, was kann man denn hier machen, wo kann ich die Musik rausnehmen, wo ist der Joke, wo kann ich was schneien, wo kann welche Soundeffekte, ich hab ja schon eine ganze Library von Soundeffekten gesammelt mittlerweile, die ich alle alleine zusammengesucht habe, by the way, also nein, die werde ich jetzt nicht zum Download freigeben. Ich hoffe, man erkennt im Hintergrund noch was, weil das ist echt ziemlich schnell vorgespult, aber guck mal unten recht auf die Uhr, ich meine, dann wisst ihr ja auch Bescheid, warum das so schnell vorgespult ist. Und mit der Zeit wird diese Spur halt auch immer größer, das sieht man ja auch, ich bin die ganze Zeit im Google unterwegs und downloade neue Musik und was weiß ich und antworte hier in Skype und so weiter. Ich schneide, ich kann dazu einfach nichts mehr sagen, Leute, ihr seht jetzt ja im Hintergrund, wie viel Aufwand das eigentlich ist und ich fand das auch eigentlich ziemlich wichtig, mal so ein Video zu machen, weil viele Leute nicht wissen, was hinter so ein Video steckt, auch wenn es das mit Gaming und mit Zocken zu tun hat und äh, Zocken, beziehungsweise das denken ja nur die jetzt, ne, die halt nicht zocken, aber generell hat das immer was, auch wenn Leute irgendwie Schuhvideos machen, wo sie Sneaker zeigen oder so. Jedes Video ist, also man kann aus jedem Video ein aufwendiges Video machen, die ganzen berühmten YouTuber machen ja keine aufwendigen Videos, aber es gibt dafür die ganzen kleinen YouTuber, die berühmt werden wollen, die machen auf jeden Fall aufwendige Videos. Deswegen schaut auch mal nach den kleinen YouTubern, weil die machen meistens bessere Videos und ja, ihr seht das im Hintergrund, das dauert halt echt 10 Jahre und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen ein paar Tipps geben, also so nicht wirklich, ja, ihr wisst schon, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergebracht, einen kleinen Einblick gezeigt, wie lange das eigentlich dauert und unten in der Videobeschreibung ist halt dieser Link und da seht ihr das fertige Video, damit ihr auch seht, was ich meine mit dem Musik entfernen, Witze und anfangen, viel Aufwand, animieren, alles bewegt sich die ganze Zeit. Und das sind halt nur 3 Minuten und ich habe insgesamt, glaube ich, von 21.30 Uhr bis 1 Uhr nachts gebraucht, also jetzt auch mit dem Video hier, aber das Video ist nicht so aufwendig, weil ich ja halt nur rede und auch nicht wirklich viel schneide. Trotzdem hoffe ich, euch gefällt das und ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich lasse das hier am Ende mal ein bisschen laufen für die Leute, die es jetzt interessiert. Wenn ihr da drunter Hashtag Banane schreibt und noch irgendeinen anderen Kommentar, dann klatsche ich das vielleicht mal ins Video nächstes Mal, aber nur wenn der Kommentar behindert ist, also wenn ihr richtig behindert einen Kommentar drunter schreibt, klatsche ich das auf jeden Fall ins Video. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, das Video auch anzugucken in der Beschreibung, falls ihr es nicht gesehen habt, weil ihr müsst auch das richtige Video sehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ansonsten haut rein. Peace. Outro Untertitelung des ZDF, 2020